Willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Let's Play Endling, Extinction is Forever. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen mit der Fabrik auseinandergesetzt und die hat uns ein bisschen getrollt. Oh, aber wir sind auch kurz vor Ende, was das Spiel an sich angeht, es sind noch zwei Nächte. Hallo? Ich habe gerade für eine Falle gehalten, sorry. Aha. Okay. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es weitergeht. Denn ich will wirklich wissen, was passiert ist mit unserem Welpen. Okay. Das ist ein Waldarbeiter und der hat irgendwie, hat er irgendwas mit dem Plünderer angestellt. Hier ist eine Welpenfähigkeit. Wobei, das kann ich, glaube ich, noch lassen erst mal. Der hat mir denn gelangt. Nein, Molly! Ist es überhaupt Molly? Ich weiß es nicht. Aber er hat unser Welpen. Wir haben unser Welpen wieder. Wir haben unser Welpen wieder gefunden. Oh mein Gott. Es lebt noch. Oh, ich bin mal so happy. Oh. Und genau das hatte ich auch gerade vor. Wir kennen das. Lass dich vom Plünderer streicheln. Ich würde gerne ein bisschen näher rangehen, aber es geht wahrscheinlich nicht. Die Kleine lebt, glaube ich, nicht mehr. Oh Gott. Aber hey, wir haben unser Welpen wieder. Unser verlorenes Schäfchen haben wir wieder. Oh, ich bin so happy. Autsch. Ich bin tatsächlich ziemlich happy gerade. Okay, wir müssen aber schauen, dass wir irgendwas zu futtern finden irgendwo. Und zwar recht schnell. Denn jetzt haben wir dann mal mehr zu stopfen. Wäre jetzt eine echt ungeile Situation, wenn wir jetzt gleich hier... Ah, fuck. Ist mir gar ein bisserl was zumindest. Da haben wir nochmal was. Aber das ist natürlich nicht so das absolut wahre. Aber das war sogar ein bisschen mehr. Sehr schön. Ich hatte da hinten aber irgendwo noch eine Welpenfähigkeit zum Einsetzen. Ich würde eigentlich ganz gerne hinten zu dem Fragezeichen hin. Aber boah, das mit... Oh Mann. Wenn das wirklich Molly ist, ne? Das wäre dann echt traurig. Die hätte das echt nicht verdient. Oha. Gott sei Dank bin ich gerade in die Richtung gegangen. Holy shit. Da könnt ihr aber runter tatsächlich gerade. Bin ich eh gerade beim Fragezeichen. Ah, sehr gut. Da komme ich auch nicht weiter. Okay. Aber dann können wir wenigstens zu langsam nach Hause gehen. Wir haben unser verlorenes Welpen wieder. Ich bin gerade so unfassbar glücklich, dass es tatsächlich noch lebt. Also ich muss sagen, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass es noch lebt. Geschweige denn, dass wir es nochmal finden werden. Oh, damit ist sämtlicher Zeitdruck erstmal weg. Bisschen Müll. Äh, fress bitte. Vorher. Oh, warte mal. Irgendwann habe ich noch was zu fressen gefunden. Hm? Ah ja, gut. Okay, das muss erstmal reichen. Halt, da ist noch was. Fress. Wir haben schon einen Welpen verloren. Und ich hoffe, es bleibt auch bis zum Schluss bei diesem einen Welpen. Viel mehr haben wir auch hier in dieser Nacht nicht mehr. Wir haben auch fast die ganze Map entdeckt, wie ich gerade. Gut, da unten fehlt uns leider noch ein bisschen was, aber hey. Oh, ist das schön. Wir sind wieder zu dritt. Aha, wie es aussieht, können wir doch nochmal eine neue Fähigkeit erlernen. Zumindest laut dieser Nachricht hier am Anfang. Ereignis wäre da unten. Okay, hier gibt es scheinbar immer ein bisschen was zu futtern. So, und jetzt hier nach oben. Hier aufpassen, weil hier ist eine Eule. Die war schon mal so dreist. Und hat uns angegriffen. Okay. Ich bin ja auch komplett falsch, sehe ich gerade. Fuck. Okay, da hoch und dann hier runter. Hui. Die Kinder sind gesprungen. Die Erde hat gebebt. Oder zumindest das Spiel. Dann geht es hier nach unten. Ich glaube, das ist sogar die Stelle, wo ich das letzte Mal die... Oder ist das die Stelle mit Molly gerade eben? Also, falls es Molly ist. Ich bin gerade echt inkompetent. Hier hoch. So. Und dann geradeaus. Aber ich denke mal, der Plünderer wird uns jetzt auch nicht mehr angreifen. Ist jetzt mal so eine blöde Vermutung meinerseits. Oh, fuck. Der hat sich nicht wirklich... Alter, nein. Das... Oh, Mann. Hier hat er ein Grab für Molly gemacht, wahrscheinlich. Boah. Das... Uff. Das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Au. Ich gehe jetzt da erstmal unten zum Dax-Bau. Ist noch ein Stückchen weiter. Alles geradeaus. Oh, fuck. Und ich habe mir noch gedacht. Menno, jetzt komme ich hier nicht durch, oder wie? Boah, bin ich gerade erschrocken, ey. Nein, da komme ich nicht hoch. Okay. Ich habe mir noch gedacht, das Teil sieht so irgendwie anders aus. Dann müsste ich außen rum. Okay. Weil im Dax-Bau gibt es ja auch immer Futter. Okay. Ich gehe jetzt hier geradeaus. Dann hier rüber. Da kann ich ein bisschen abkürzen. Langsam kriegen meine Welpen aber auch wieder Hunger. Das finde ich jetzt nicht so geil. Hm. Tut das jetzt gerade richtig weh. Weil ich meine, ja, der Plünderer, der hat uns die ganze Zeit versucht zu killen. Aber trotzdem, das war jetzt dann sehr... Sehr unnötig. Was heißt unnötig? Falsche Wort, aber... Na, ich hoffe, es ist klar, was ich sagen will. Das war sehr belastend, sagen wir es so. Und ja, sie fressen was sehr gut. Ah, eine neue Gegend. Da unten waren wir, glaube ich, sogar noch gar nicht. Hm. Wäre eine neue Gegend. Allerdings sollten wir schauen, dass wir nach Hause kommen. Oh, fuck. Weg hier. Hm. Ich glaube, wir gehen am besten hier nach unten. Da kann uns der Typ nicht folgen. Ah, okay. Da sind wir jetzt hier wieder beim... In der Nähe von unserem ersten Heim. Okay, vergiss es. Okay. Da unten hätten wir aber nochmal einen DAX-Bau. Also, wahrscheinlich wird es der DAX-Bau sein, wo ich gerade hin will. Wo bleibt er denn? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Besten hier lang. Wobei, nein, falsche Seite. Also, ich müsste da runter. Ich kann hier auch noch gleich reingehen. Ich wirf das Zeug ab. Ähm, und dann gehen wir am besten vielleicht in den DAX-Bau, oder? Ja, komm. Oh, Mann, das mit Molly tut mir jetzt gerade richtig leid. Ohne Witz. Boah, ich bin echt episch weit weg. Scheiße. Hm. Huch, da, ne? Okay. Okay. Aber hey, das zeigt's, Molly hat ja nur aus einem schlechten See getrunken, äh, aus einem schlechten Fluss getrunken, also aus dem Flusswasser hier. Bedeutet leider aber auch, dass die Menschen sich damit halt auch selbst killen. Das ist halt irgendwie so eine Sache, dass die Menschen auch sehr gerne vergessen. Dass die Umwelt zu schädigen auch den Menschen schädigt. Das wird leider zu gerne vergessen. Wie sieht's eigentlich mit Welpenfähigkeiten aus? Ah, okay, das letzte hatte ich auch keine Welpenfähigkeiten, alles klar. Oh nein. Scheiße. Einer hat auf jeden Fall, äh, zwei haben ihn sehr gut geschnallt und der eine hat gleich gesagt, dass wir raus müssen. Oh shit, der Fluss überflutet. Aber der Graue ist klug, wie's aussieht. Oh no. Schnell hinterher, schnell hinterherstammt. Nein. Wir kommen nicht schnell genug hinterher, der Flussströmung wird immer stärker. Oh fuck. Oh fuck, nein. Bitte sag, dass du überlebt hast. Scheiße, nein. Ey, tu mir das jetzt nicht ansp... Nein, oder? Nein. Das ist jetzt... Das ist jetzt bitte nicht die letzte Cutscene gewesen. Bitte tu mir das jetzt nicht an. Nicht mit so nem Ende, bitte. Bitte. Wir leben noch. Gott sei Dank. Aber wahrscheinlich schwer verletzt, oder? Wir haben keine Karte. Wir haben hier unsere Welten wieder. Erstmal das hier noch. Das hat am wenigsten Zeit mit uns verbracht. Das wäre sehr belastend, wenn's nach aller Zeit dann noch drauf gehen würde, aber wie's aussieht. Wir sind natürlich auch verletzt, ist ja klar. Aber wir haben's überlebt. Boah, wir müssen hier weg von der Stelle. Hier zerbricht alles dann. Die ganzen Leute da hinten sind auch alle unterwegs. Die ganzen Windräder da hinten auch alles zerstört. Der Sturm muss echt hart gewütet haben. Hier ist auch alles ausgetrocknet. Der Typ da vorne hat kein Benzin mehr. Wenn ich's halt hab. Oh fuck. Der kommt jetzt auf uns zu, oder wie? Oh Gott sei Dank, hat er keine Munition mehr. Ich will ja rennen, aber ich kann nicht. Boah. Aber selbst in so einer ausweglosen Situation denken die Typen, die Menschen halt immer noch einfach nur ans Geld. Hier Solarpanel. Hallo? Geht doch, meine Güte, ich hab das jetzt dreimal gemacht. Huch, der letzte. Wo ist denn der hin? Der hat ewig gebraucht, gerade. Kann ich knuddeln? Ja. Ah, ich bin so froh, den Kleinen noch gerettet zu haben. Einmal kurz. Nein. Den letzten noch. Ach, egal. Aber wir haben's geschafft. Ach, das will irgendwie grad nicht. Egal. Das endlose Wandern. Leider hab ich ne ganz, ganz schlechte Befürchtung, was das Ende angehen wird. Wobei, ich hör' Wasser. Wobei, warte mal. Fehl' uns noch eins. Äh. Ja. Okay. Der kommt irgendwie nicht immer hinterher, hab ich's Gefühl. Ja, ein bisschen knuddeln, auch wenn alle jetzt gerade sehr schlecht drauf sind. Ich will jetzt nicht, dass eins meiner Welpen zurückbleibt. Was kommt denn da noch? Ein Wald! Ja, gut, okay. Das, was von dem Wald übrig bleibt, ne? Oh, ja. Oh, mein Gott. Wir können wieder rennen. Schnell rein. Grab schneller. Und durch. Bitte nicht. Oh. Oh, abgeschossen. So ein Bastard, ey. Angeschossen. Oh. Scheiße. Oh, ich kann auch grad nix mehr anderes machen, als geradeaus. Oh, boah. Der hat richtig gesessen, der Schuss. Scheiße. Die Wunde wird immer größer. Ich kann mich auch nicht mehr umdrehen. Ich kann nur noch geradeaus. Oh. Danke, dass ihr mir helft. Oh, aber ich kann nicht mehr laufen, richtig. Scheiße. Ich hab alles getan, was ich konnte. Oh, nein. Oh. Oh, Mann. Mir kommen grad fast die Tränen. Oh, Mann. Puh, Mann. Was soll das? Warum so ein Ende? Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt hast mich doch erwischt. Mann. Scheiße. Ja. Was soll ich zu dem Spiel sagen? Es ist ein unglaublich gutes Spiel, was so die Atmosphäre und alles zeigt. Auch auf die Welt an sich bezogen, weil es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass irgendwie die Welt, ja, mit der Welt so umgegangen wird, wie es hier gezeigt wird. Und im Endeffekt ist es leider alles sehr realistisch gehalten und das macht's gerade irgendwie extrem viel trauriger. Boah, Mann. Ach, dieses Ende ist hart. Ich hab mir schon sowas ähnliches gedacht. Wobei ich tatsächlich recht glücklich bin, dass man wenigstens das verlorene Welpen wieder finden kann. Und es nicht stirbt. Das war nämlich so meine nächste Theorie gewesen, dass das verlorene Welpen nachher tot ist. Und dem Ende hab ich jetzt so nicht gerechnet, aber ich hab sowas ähnliches leider schon befürchtet. Deswegen, ja, emotional wirklich ein richtig gutes Spiel. Vor allen Dingen auch, es kann ja auch sein, dass man bis zum Schluss nur noch einen Welpen hat. Wenn man wirklich es nicht schafft. Ich hab jetzt leider Pech gehabt am Anfang. Weil ich zu spät realisiert hatte, wie ich was genau machen muss in der Nacht. Ich bin froh, dass es wenigstens drei Welpen geschafft haben, bis zum Ende durchzukommen. Schade, dass es nicht alle vier geworden sind. Ich hab auch leider nicht alle Welpenfähigkeiten freigeschalten. Das find ich auch sehr schade. Aber ja, gut. Mir fehlen jetzt zwei Welpenfähigkeiten. Ja. Was willst du machen? Passiert halt, ne? Gut, zwei Welpenfähigkeiten und halt noch ein Welpe, ne? Das ist... Ja. Alles in allem ein sehr schönes Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall selbst mal zu spielen und auch mal zu versuchen, alle Welpen durchzubekommen und alles in der Nacht zu finden. Vielleicht auch mal ohne zu sterben. Ich hab ja trotzdem leider zwei Game Overs gehabt. Aber ja. Die drei Welpen denken sich jetzt auch, das Leben geht trotzdem weiter. So hart es auch klingt, aber die drei müssen selber schauen, dass sie irgendwie durchkommen. Ich hoffe es, dass sie es schaffen. Danke fürs Spielen. Endling ist ein Spiel, das uns sehr an Herzen liegt und in deinen Themen behandelt, die uns sehr wichtig sind. Wir freuen uns über das tolle Feedback und positive Bewertungen, die wir bisher erhalten haben. Jetzt hast du die Gelegenheit, das Spiel zu bewerten und dein Feedback zu geben. Ja, keine Ahnung. Letztes hab ich noch vergessen. Verloren. Äh, nicht hinbekommen. Ja, was soll ich sagen? Wir haben noch Extras. Ah, Trailer und Mitwirbel. Ja, gut. Mich würde mal ganz gern eure Meinung zu dem Spiel interessieren. Ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, wenn es auch sehr, sehr böse Themen behandelt. Und ja, auf jeden Fall ein Kaufwert, weil es halt wirklich sehr, sehr wichtige Themen behandelt, was halt leider bei uns in der Welt wirklich so passiert. Und das leider nicht so selten. Das war's auf jeden Fall an der Stelle mit dem Let's Play. Ich muss erst mal gerade verarbeiten, was ich hier gerade gesehen hab. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Ja, bis dahin. Oder auch nicht. Bye.